Servus meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu der gemütlichen Runde This Land is My Land mit dem Voucher und dem Häuptling buxvoll. Ich bin von der großen Brücke ein bisschen weggelaufen, Leute. Die Performance war da so übel aufgrund der vielen NPCs. Hier läuft es aber wieder einigermaßen. Der Morgen kommt auch so langsam auf uns zu. Und ihr seht schon, links oben habe ich jetzt diese High Bait freigeschaltet. Damit lassen sich Pferde anlocken. Ich möchte gerne versuchen, diese Büffelhörner zu kriegen. Und da haben wir ja festgestellt, die haben einen Fluchtinstinkt. Die rennen weg, wenn man kommt. Da wäre natürlich ein Pferd praktisch. Und da ich uns das habe über den Haufen schießen lassen, macht es natürlich Sinn, dass wir uns ein neues besorgen. Und eben mit diesem Teil zum Anlocken von Pferden haben wir die Möglichkeit, eins anzulocken und zu zähmen. Oder wir finden tatsächlich ein Camp oder ein Gefängnis, wo wir uns ein Pferd klauen können. Hallöle. Dich habe ich ja gar nicht kommen sehen. Wo bist denn jetzt du her, Keimer? Stopp, Wolf! Das ist ja so, Alterle. Was ist denn los mit dir? Doch geh her. Jetzt steckt er da hinten fest, der arme Kerl. Ich fände es ja gut, wenn sie einfach dann wegrennen würden. Boah, die Headshots. Ganz üble Geschichte. Aber er hat ja angefangen. Er hat angefangen, Leute. Pfeile habe ich auch wieder zurückgekriegt. Super. Also, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht wieder heimlaufen, neues Pferd holen. Wir versuchen, das spielerisch aus der Situation rauszulösen. Allerdings sollte man natürlich dann auch gucken. Guck mal, hier ist zum Beispiel ein Gefängnis. Da kommt aber gerade eine Patrouille. Das könnte unter Umständen böse für uns enden. Da ist ein Pferd. Ich habe aber die Falle noch nicht wert. Vielleicht haben wir auch Glück und es glitscht eins. Boah, da sind ganz viele. Das ist so eine typische Geschichte jetzt. Du suchst ein Pferd und die rennen vier vor der Nase rum und du kriegst sie. Vielleicht haben wir aber Glück und ich finde die Materialien hier. Wenn nicht, müssen wir tatsächlich halt ein Camp überfallen. Oder Kamikaze-mäßig. Reinlaufen, auf dem Pferd aufsteigen und erstmal wegrennen. Wir brauchen es ja nur für die Büffel. Ja, ich glaube, das probieren wir auch, Leute. Kamikaze gelingt mir doch meistens am besten. Mal gespannt, was wieder alles passiert. Ich glaube nämlich, die Sachen, die ich brauche hier für dieses Pferdelockmittel, die finde ich in den Planes nicht. Die Idee ist aber nicht schlecht. Dann hätte man eine Alternative zum Klauen gehabt. Jetzt pass mal auf. Jetzt gehen wir mal in das Gefängnis. Ich nehme nämlich jetzt an, dann wird die Patrouille jetzt auch gleich hinstaxen. Wir müssen ja nur drauf und weg reiten, ohne dass es stirbt. Nur ist wieder so Geschichte. Vielleicht reitet die Patrouille aber auch an dem Gefängnis vorbei, wenn wir Glück haben. 112 Meter wissen wir mehr. Wir beobachten das jetzt. Das mag ich an dem Spiel halt. Wie gesagt, das schalte ich schon mal um, Leute. Ich glaube, wir finden die Mats hier. Boah, Alter, die patrouillieren aber krass hier, oder? Wenn wir Pech haben, rennen die auch noch gleich auf uns drauf. Bei den Objektives mache ich uns wieder die Spike Trap rein, weil um die geht es tatsächlich jetzt hier in dieser Aktion. Oh, das ist noch nicht mal eine Pferdepatrouille. Die sind nur zu Fuß unterwegs. Aber so ein Gefängnis, da steht normalerweise immer ein Pferd rum. Dann würde ich mich da hinschleichen, dann klauen wir uns das. Da war noch eine zweite Patrouille. Die kommt dann da hinten irgendwann. Ja, auch zu Fuß. Und wie ich sehe, laufen die weiter, die Kollegen. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der hinten einen Pferdestall hat. Schön gelegen, die kleine Siedlung hier, mit dem Fluss. Leute, da hinten rennen vier Stück. Also hier ist echt die Hölle los. Die laufen auch hier mit rum, über den Fluss drüber. Boah, Alter, das ist ja kein Patrouille. Das ist ja eine Horde von Menschen, die da läuft. Seht ihr das im Hintergrund? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sind bestimmt zehn Stück. Und zum Verstecken ist hier auch nicht wirklich gut, Alter. Sehe ich gerade. Bleibt mal auf Entfernung. Ich sehe kein Pferd, leider. Ich sehe eine Kutsche. Und wo eine Kutsche ist, muss eigentlich auch ein Pferd sein. Eins, zwei, drei. Weil die kriegen wir zur Not auch ausgedünnt. Das haben wir ja schon mal gemacht, die Aktion. Doch, da rechts steht ein Pferd. An der rechten Hütte. Sollen wir mal gucken, ob ich da hinkomme, Leute? Weil mit dem Pferd kriegen wir die Hörner. Und dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Wie viel Death can be sleeve habe ich denn? Ich muss mal eben reingucken. Sonst haben wir nämlich alles, außer die Sachen, die wir in der Wüste besorgen müssen. Ah, scheiße. Komm, die Patrouille sind jetzt da rübergelaufen gerade. Ne, es sind Pferde. Oh, das läuft auf mich zu. Vielleicht kann ich das mit F. Pass auf. Jo, Leute. Digga. Ich tame es mal eben. Die Anzeige von denen wird immer größer. Jetzt haben sie mich gleich. Alter, jetzt haben wir aber Glück gehabt hier. Jo, wir haben es. Problem ist, ich hänge hier fest. Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen. Ich, ich, ich klitsche hier. Oh, scheiße. Wie gewonnen zu zerronnen, nenne ich das jetzt mal. Ich lenke es nochmal ein bisschen ab. Ich probiere nochmal drauf zu sitzen. Pferd! Pferd! Ne, keine Chance, Leute. Oh, Alter, tut mir leid, Pferd. Ich überlasse dich mal dein Schicksal. Vielleicht kriegst du was im Foto bei denen. Jetzt glitscht das im Felsen drin. Alter, Alter. Na ja, gut, das hätte ja sein können, dass es klappt. Die Idee war ja nicht schlecht. Scheiße. Oh, aber jetzt haben wir eine Möglichkeit, wenn die mir hinterherlaufen, dann klaue ich denen jetzt das Pferd. Sind sie sehr... Wie viele weiße Pfeile gehen denn da bitte auf? Oh, die sind überall, Leute. Die sind überall. Und der Herr bucksvoll. Der Herr bucksvoll. Uh, Leute. Das wird nix. Ich muss kurz meine Energie ein bisschen hochziehen. Du kannst ja mal kurz sneaken, aber das wird nicht helfen, ne? Die sehen dich. Immer mal wieder rein. Pam, weg kurz. Und weiter geht's. Das ist scheiße mit dem Pferd, oder? Was eine Aktion. Es hätte auch klappen können. So, Energie ist voll da. Dann renne ich jetzt da rüber. Wenn die jetzt gerade nach mir suchen, dann ist doch am Camp weniger los, oder? Ja, aber du musst langsam machen hier, ne? Du bist tatsächlich halt gut zu sehen hier. Das ist nicht gerade das Indianasbeste. Zinn da hinten auch wieder welche. Hier ist alles voll mit denen. Auch wenn wir hier runter kämen, ohne zu sterben. Langsam. Ja, ja, mach das ruhig so. Au. Bisschen Leben hat's gekostet. Aber minimal. Im Verhältnis zu dem, was passieren könnte, ne? So, Leute. Wollen wir Kamikaze machen? Wir machen Kamikaze. Einmal müssen wir sie austesten. Ich laufe jetzt. Da kommt schon das nächste Pferd. Und uns das glitscht wahrscheinlich noch, ne? Da ist einer von den Siedlern. Habt ihr ihn gesehen? Links am Felsen. So, Mr. Bucks voll. Zeig, was in dir steckt. Oh, yeah. Lass ihn raus, den Tiger. Scheiße. Oh, oh. Schnickidimiki. Ganz kurz, ganz kurz. Die sind überall. So, Leute. Jetzt Kamikaze. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. So, jetzt aber weg, Alter. Bevor die dieses Pferd totschießen. Gib Gas. Gib Gas. Alter, Scheiße. Über den Fluss. Jo, wir haben ein Pferd, Leute. Wir haben ein Pferd. Ich freu mich grad wie ein Tier. Jo. Didim, 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 didim. Bei uns wird nicht gekämpft, sondern geglaut. Sehr schön. So, meine Freundin, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Büffel finden und ein bisschen Glück haben, dass das klappt, was ich da überhaupt vorgehabt hab. Oh nein, es nimmt schon wieder Schaden, weil es über ein Stein leckopft ist. Pferd. So, die sind natürlich jetzt hinter uns her, ist klar. Pferde sind kostbar. Da unten ist das nächste Camp, glaub ich. Heia. Das ist alles voll mit Siedlern hier in dem roten Gebiet. Die hab ich jetzt auch aufgeschreckt. Das haben wir nicht lang, das Pferd, glaub ich, Leute. So, ich muss erst mal weg jetzt hier, ne. Da oben wär ein Büffel. War's ne Scheiße, dass ich jetzt die Siedler links gepullt hab. Ah, du bräuchst ne Minimap, dann könnte man's sehen. Mr. Buffalo. Mr. Buffalo. Und die rennen mir jetzt da zu Fuß hinterher und sind so schnell wie ich, oder wie? Hier sind die ganzen Pflanzen, die wir noch brauchen. So, Leute, wenn wir jetzt Glück haben. Ich guck mal ganz kurz mit einem mutigen Blick auf die Map. Und zwar jetzt. Hier ist gut. Ne, warte mal. Ich seh ja gar nicht mich. Das ist nicht ideal. Das ist einfach nicht ideal hier. Also, ich würde aber trotzdem sagen, links haben wir jetzt ein Wildtier gepullt. Das ist aber nicht so tragisch. Ich würde sagen, das haben wir gut hingekriegt. Wir haben ein Pferd. Die sind ja sowieso schon unsere Feinde. Also, wir haben uns jetzt hier nichts versaut, ne. So, meine Lieben. Jetzt brauchen wir nur noch einen guten Büffel. Der nicht gerade in irgendwelchen Camps ist. Krieg ich dich? Tatsächlich, Alter. Aber die Siedler sind noch hinter uns her. Und vorne ist die nächste Siedlung. Wow. Geh hier lang. Scheiße. Oh, Alter. Die vielen. Und wie viele dann immer gleich hier wohnen, ne. Im Prinzip reiten wir gerade als Indianer. Da ist die Kutsche unterwegs. Hier ist der Büffel. Hier ist alles voll mit Feinden. Da brauche ich gar nicht weiter suchen. Scheiße. Also, ich würde sagen, wir sind uns einig. Erstmal gucken, dass wir irgendwo eine ruhige Stelle finden. Ich könnte aber trotzdem probieren. Wo ist der jetzt? Den habe ich jetzt aber nicht mit einem Schuss erledigt, oder? Doch. Er kommt an volles Risiko. Kurz hin looten. Aufkopft. Aufkopft. Hat jemand gesehen, ob ich ein Horn gekriegt habe? Ich habe vor lauter Action nicht hingeguckt. Wieso habe ich den jetzt mit einem Pfeil erledigt? Der Gestriche hat gerade ein bisschen Leben verloren, nur. Wahnsinn. So, Leute. Da hinten sieht es frei aus. Ich reite. Oh, nee. Überall tauchen die Siedlungen auf von den Jungs. Da ist was los. Der Büffel hatte bestimmt schon ganz viel Leben verloren. Da hinten ist die Brücke. Da dürfen wir nicht hinreiten, sonst habe ich keine Performance mehr. Hier ist eine Siedlung. Ah, so ein Stück näher an die Brücke gehen wir ran. Und da oben rechts durch die Felsen durch. Und da müssen wir irgendwo mal zur Ruhe kommen. Hier ist es. Na ja, klar. Du bist im Feindesland unterwegs. Das ist dann natürlich tragisch, magisch. Okay. Da hinten scheint nochmal was zu sein. Sind wir hier sicher? Da ein Haufen Wildpferde. Sind wir hier sicher? Indianerle. Du könntest natürlich hier mal in den Busch rein. Vielleicht bringt es ja was. Ich gucke mal eben, ob ich Hörner habe. Kein Horn, Leute. Wir haben kein Horn gelootet offensichtlich von dem Kollege. Müssen wir weitersuchen. Da brauche ich noch mehr Büffel. Irgendeiner wird schon eins droppen. Ist da hinten zufällig einer? Guck mal, auch hier am Hang vom Berg. Riesensiedlung. Und da sind die Nächsten. Hier ist alles voll mit Siedlern. Das wird nicht einfach. Es sei denn, ich gucke, dass ich die Planes irgendwie am Rande erwische, wo das rote Gebiet noch nicht so ist. Da müssen wir uns allerdings mal einen Marker setzen. Ich reihe voll im Feindesland rum. Ich muss mal hier eben so. Normal kann ich es noch weiter rauszoomen. Steig mal eben ab. Ich will was gucken. Ich würde sagen, ich gucke, dass ich irgendwie mit euch da hinkomme. Da ist, glaube ich, außerhalb der Border. Naja, aber wie gesagt, wenn man sich Zeit nimmt. Das erste Ziel haben wir ja. So. Ich habe da irgendwas falsch markiert, glaube ich. Spinnt jetzt die Map rum? Ne, ne? Ja, wir müssen hier rüber. Das hilft uns jetzt alles nichts. So, pass auf. Das schaffen wir schon. Ein Büffelhorn brauchen wir nur. Dann haben wir halt nur eine Falle zum Testen, ne? Das wird schon irgendwie hinhauen. Das macht ja Laune wie Sau. Die Ebenen. Und die Wüste müssen wir natürlich noch suchen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die aussehen wird. So, hier ist es rum, glaube ich, ne? Na, zwei Kilometer habe ich uns angezeichnet. Und ich nehme an, dass wir dann aus dem Feindesland auch raus sind. Und natürlich die Augen aufhalten. Sollen wir mal da rein reiten? Das sieht ja auch super interessant aus. Hier, guck mal. Hier, kurz anhalten. Untersuchen. Ein bisschen Zeit muss man. Ist da ein Wildpferd irgendwo? Oder höre ich jetzt gerade nur unseres noch? Boah, hier bist du aber auch total angespannt in der Ecke. So langsam. Mal gucken, wo die nächste Siedlersiedlung ist. Siedlersiedlung. Hier ist zum Beispiel das Nächste, was hier kommt, ist ein Zelt. Das ist aber kein Problem. Wenn ich hier hinkäme, dann kann ich das Zelt außer Acht lassen einfach. Unser Pferd ist ja jetzt fit. Ich brauche halt noch einen Büffel, ne? Ich hoffe, dass ich immer noch in den Ebenen bin. So, Leute. Guck mal, hier wäre es doch wunderschön für Büffels. Wieso grasen die jetzt hier, ne? Wahrscheinlich ist das Gras fortzutrocken. Guck dir das an. Die weiten Lande hier. Aber kein einzigster Buffalo. Kein Büffel ist hier. In diesem Revier. Da hinten sieht es mir so aus, als wäre einer. Wobei das schon... Ne, ich glaube, das ist eher ein Baum. Lieber einmal mehr in die Map gucken, oder? Schön ist das gestaltet. Also die Map ist wunderschön. Das Waldgebiet hat mir schon riesig gefallen. Die Ebenen haben ihren ganz besonderen Reiz. Und ich glaube, die Wüste wird auch nochmal in der Ecke geil. Ich brauche nur einen Büffel. Ein Büffel und ein Horn. Ne, wenn du recht guckst, musst du vielleicht das Horn anders wegmachen, wie einfach nur auf F drücken. Aber das kriegen wir raus, Leute. Wir sehen ja schon... Da ist das Camp da hinten. Das ist auch ein riesen Lappen. So ein bisschen sieht es hier schon fast aus, wie die Wüste, ne? Ne, die Wüste wäre normalerweise noch karger, oder? One Warriors. Aber wir müssen daheim auch unbedingt noch ein neues Camp aufsetzen. Wir haben nämlich, glaube ich, schon wieder eine Überbelegung. Guck mal. Aber toll ist, dass die Camps voll... Da hinten läuft übrigens einer. Da hinten läuft gerade einer durchs Gras von denen. Also ein neues Camp aufsetzen. Das wäre halt später, wenn wir das vormachen bei uns zu Hause, auch wirklich viele, viele Soldaten haben, die da mithelfen. Da freue ich mich schon drauf, wie das wird. Da musst du gucken, hier, ne? Überall, wo Straßen sind, können die natürlich auch rumhopfen. Boah, ich sehe nicht ein Büffel. Die Kunst des Büffeljagens. Kannst du dir natürlich nur zeigen, wenn Büffel da sind. Zumindest haben wir den einen gleich erwischt. Da ist wieder so ein Kämble. Ein kleines Häsle. Komm, wir gucken kurz, ob wir da was finden. Das wird jetzt Nacht. Tja, nachts hat ja normalerweise unser Häuptling immer seinen ganz speziellen Ausflugsplan. Stun-Error nehmen wir natürlich mit, oder? Das nehme ich mal alles mit hier. Da findest du einen Haufen gute Sachen hier in den Planes. Fährt. Ach, ich bin überladen mal wieder. Klarer Fall. Das ist so meins. Was hauen wir denn raus? Die Pfeile, die behalte ich. Die brauchen wir ja. Die hat zwei Kilo. Dann mache ich die mal eher weg jetzt. Was ist sonst noch irgendwas, was zwei Kilo... Füchspelz lasse ich jetzt leider auch hier. Wiegt sehr viel und ich brauche es im Moment nicht. So Leute, jetzt überlege ich gerade, ob ich einen Schnitt mache, bis ich den nächsten Büffel gefunden habe. Oder ob wir da zusammen dranbleiben. Und dann machen wir halt eine extra Folge noch. Wo wir rumreiten und suchen. Aber hier ist jetzt leider nichts. Ich muss auf der Map gucken. Nicht, dass ich den irgendwo reinreite. Guck mal hier. Da ist gerade eine Patrouille beim Indianercamp angekommen. Vielleicht können wir da noch was retten. Das habe ich jetzt leider zu spät gesehen. Vielleicht können wir da mithelfen. Dann hätten wir da zumindest Freunde wahrscheinlich gefunden. Oh, nee. Das sind sehr viele. Guck mal. Das sind arg viele. So viel dazu. Scheiße. Die haben die schon platt gemacht. Wie viele das sind. Eier, die kommen natürlich nicht alleine. Ist klar. Hier ist noch nicht einmal irgendwie was aufgegangen, wo nur zwei, drei von denen wären. Krasse Geschichte. Ich hoffe, wir entkommen da jetzt noch. Der eine ist hartnäckig. Doch ich gucke, sind sie schon auf ihre Pferde gestiegen, die Säcke. Gut, suchen wir weiter nach unserem Büffel. Bleiben wir erstmal in unserem Ding dran. Ist da Wahnsinn, wie die das Land hier einnehmen. So, meine Lieben. Ich überlege gerade, wisst ihr was? Ich gucke jetzt mal nach einem Büffel. Und wenn ich in der Nähe eines Büffels bin und alles friedlich ist und sich das anbietet, dass wir den jagen, da hole ich euch nochmal mit rein. Dann schaffen wir vielleicht heute noch unser Horn zu holen und können dann in der nächsten Runde nach Süden durchreiten und uns die Wüste versuchen ranzuholen. Dann machen wir das eben so. Ganz kurzer Schnitt. Eine ganze Weile musste ich reiten, Leute, aber ich habe die ersten Büffel gefunden. Ne, ist ein Pferd. Da waren doch gerade Büffel. Da waren doch gerade Büffel, Alter. Ich habe zwei Stück gesehen, Leute. Jetzt sind sie weg, bis ich angeschalten habe. Ach, komm, hör auf, Alter. Ich will doch Büffel, sondern nicht dich. Ey, gerade eben sind zwei an mir vorbeigrannt mit einer riesen... Da ist er. Siehste, den müssen wir uns jetzt holen, Leute. Kommen wir nicht drum rum. Ich hoffe, dass ich in kein Camp reinreite. Servus. Hier begegnen sich Pferd und Büffel. Naja, und schon ist er auf dem Weg ins Camp. Ich hoffe, ich erwische den vorher. Wo ist er? Ich habe ihn erwischt, Leute. Armes Viechle. Und da kommt jetzt auch irgendwo der Wolf gleich. Siehste, da gehe ich aber jetzt kurz runter. Wir sind sehr nah an einem Feindescamp. Also Füchsle... Ne, ist ein Wolf. Der sah jetzt so klein aus. Mein Messer funktioniert nicht mehr richtig. Wo ist denn jetzt mein Büffel? Den muss ich jetzt looten. Komm, wir drücken uns die Daumen, dass wir ein Horn kriegen. Schöner ist das. Ich habe kein Horn gesehen. Wenn du recht guckst, muss ich was anderes looten. Also die KI vom Viech ist auch noch nicht. Siehst du, wie der uns plötzlich Damage macht? So. Oh, das sind zwei. Ich nehme an, dass das schief geht. Ich reibe mal weg. Ich muss mich nämlich eigentlich aufheilen. So, und jetzt aber nicht in ein fremdes Lager reinleiten. Eigentlich würde ich hier gerne auch noch weiterschauen. Weil wenn hier noch ein Büffel ist, wird ja... Da hinten ist nochmal was. Büffel? Ne. Oh, vielleicht haben die eine schlechte Drop-Chance oder so. Die Büffels. Erwischt der mich oder das Pferd, wenn der da so beißt? Der erwischt mich. Und guck mal, wie viel der mir abgezogen hat. Okay, dann wird es jetzt Zeit, dass ich ein bisschen in Sicherheit gehe. Wow, Leute, jetzt haben wir zwei Büffel gejagt, aber ich habe noch kein Horn, ne? Ich muss aber gleich nochmal reinschauen. Ich habe es nicht alles komplett gesehen. Da vorne ist wieder ein Haus. Die haben teilweise richtige Dörfer schon hier, ne? Können wir uns vielleicht gleich nochmal eins angucken. Wenn ich diesem Wolf entgucke... Das war klar. Das war klar, dass der das jetzt so macht mit uns. Ich gehe hinterher, aber ich sterbe jetzt halt gleich, ne? Das ist eigentlich schon fies, ne? Ich brauche deinen Horn, Digga. So, den haben wir. Der Wolf ist immer noch hinter uns, ne? Ja, der ist ziemlich nah. Ich kann mal kurz gucken, ob ich es schaffe. So wird es nichts. Aber jetzt habe ich gerade... Ich glaube, ich habe gar kein Bugbrushzeug mehr, oder? Alter, Wölfle. Noch ein bisschen, wir sind tot. Und der kann dich vom Pferd runterweisen, der Sägel. Jetzt habe ich den Bison bestimmt verloren. Den findet man nie mehr wieder. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob ich das Zeug mal habe. Guck mal, da hinten steht auch die Siedlung von denen, ne? Ich gehe nochmal rein. Hier. Ich habe mal alle genommen. So, jetzt können wir uns auch wieder wehren. Problem ist, dass ich den Büffel jetzt wahrscheinlich nicht mehr wieder finde, ne? Dass hier irgendwo ein Gestrüpp ist, der gestrandete Arme. Ach, Manu. Ja, das finde ich nicht mehr. So eine Orientierung bräuchte du, dass du den jetzt nochmal... Oh, Wölfle. Bitte. Wir müssen uns einen neuen fangen, Leute. Ich finde nicht mehr. Das tut mir leid. Siehst du? Weil wenn man da ein bisschen übt, kriegt man die gut. Wo war denn der Kling? Der war irgendwo hier, ne? Schade. Irgendwo hier. Aber ich habe schon komplett die Orientierung verloren. Kann sein, dass der lag da hier. Es kann sein, der lag da irgendwo irgendwo hier zwischendrin, Leute. Zwei Minuten gönne ich uns eine Suche, ansonsten nächster Büffel geschnappt. Geh mal hier durchs Gebüsch. Ist schon geil, oder? Geh sie auf die Jagd, holst der Zeug ran, dann kommen Wölfe, dann kommen NPCs. Den finde ich nicht mehr, Leute. Schade drum eigentlich. Der hat bestimmt noch einen gehabt. Ne, da liegt irgendwo. Das finde ich nicht mehr. Auf der Map sieht doch... Da war das Haus. Oh, das sind neue. Also hopp. Geil, wie der das mit dem Pferd hier managt. Nicht in die Siedlung. Nicht in die Siedlung, Alter. Ich nehme den hier. Die Siedler sehen mich schon. Der ist aber schnell umgeflogen. Wir sind voll der Büffelcatcher. Ich weiß nicht, ob ich einen Horn habe. Meine Pfeile kriege ich jedenfalls wieder. Den sammle ich noch. Guck dir mal das Fond an von denen hier. Und je mehr du halt bei den NPCs bist und je mehr da auch auf dich warten, desto übler ist die Performance halt jetzt noch. Aber es ist ja Alpha, ne? Miet und Sehnen. Vielleicht muss ich ja tatsächlich ans Horn ran. Ne, ne? Also ich kann hier nichts. Ne, geht nicht. Ich nehme an, dass die Drop-Chance von Büffelhörnern halt entsprechend gering ist. Bin gerade froh, dass uns die Siedler nicht erwischt haben. Aber Büffels haben wir jetzt genug gejagt, ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz ins Inventar gucken, Leute. Ähm. Ich würde gerne herstellen die Spike Trap. Uns fehlt immer noch das Büffelhorn. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Ich hätte schwören können, dass jetzt mindestens mal eins dabei ist. Flux, Robe, Wood, Leaves, Animal Skin, Animal Parts, Miet und Sehnen. Wir haben nur Sehnen. Ey, will das Spiel wirklich, dass wir jetzt 100 Büffel töten für unser Eideshorn? Die armen Büffels, ehrlich. Mich wundert es auch, dass man ja das Feld noch abziehen kann, weißt du. Da haben wir sie liegen, die armen Dinger. Jetzt brauchen wir nochmal einen, Leute. Gehen wir natürlich jetzt nicht auf, ne? Ich würde jetzt auch fast sagen, dass wir jetzt einfach zusammen noch Ausschau halten, ob wir nochmal einen Büffel finden. Und wenn nicht, mache ich das praktisch vor der nächsten Folge, sodass wir dann in die Wüste weiter können. Ich finde mir nochmal eine kleine Herde. Ich nehme auch an, wenn die hier so rumgerannt sind, dass die von der Fahne vielleicht gekommen sind. Ich sehe keine. Aber die Stelle ist offensichtlich büffellastig gewesen. Hier ist nochmal einer. Hä, der ist auch schon tot. Ich glaube, dass da einfach die Siedler schon teilweise, ne? So. Pfeile habe ich wieder. F. Wieder nichts. Wenn du recht guckst, muss man das echt anders machen. Und ich weiß mal wieder nicht, wie. Mit dem Messer habe ich es gerade probiert. Geht nicht, ne? Dass ich da mit dem Messer drauf halte. Ja, aber das finden wir jetzt auch noch raus. Vielleicht musste hier irgendwas Freiskillen noch. Bei Hand, ne? Improves chance to find more meat, sehnen when skinned animals up to 50%. Das kann natürlich auch sein. Strike, knife damage. Finding more wood, leaf, mushrooms. Improves the chance to palz when skinning animals up to. Ah. Sneaking grass. Das ist ein geiler Baum eigentlich. Aber da stand jetzt nichts speziell, dass ich was freischalten müsste, um überhaupt Hörner zu kriegen, ne? Also ich nehme einfach an, dass die Drop Chance nicht so hoch ist. Entsprechend gut wird wahrscheinlich diese Falle sein, die ich da bauen will, ne? Tja, meine Lieben. Jetzt haben wir zumindestens die Büffel gejagt. Wir haben uns ein Pferd organisiert. Das haben wir schon mal ziemlich gut hingekriegt, finde ich. Jetzt fehlt uns einfach nur noch das Glück, an den Horn zu kommen. Dann gehen wir in die Wüste, sammeln die restlichen Materialien, bauen die Falle. Und dann suchen wir uns da ein kleines Gebiet von denen. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Und dann benutzen wir die natürlich, ne? Ne, wir sind noch richtig. Das zählt da oben. Da unten ist gerade... Da hinten sind Büffel. Unten ist... Und Siedler. Überall Siedler, Leute. Und zwar ziemlich viele. Von der anderen Seite kommen auch welche. Kann ich die irgendwie umreiten, indem ich, sag ich mal, einen ganz großen Turm... Oh, dich habe ich nicht gesehen, Alter. Tiggerle. Jetzt ist die Dinger auch nicht mehr da. Ich sehe das Ziel in der Feder. Doch, da ist es. Wenn da unser Horn drin ist, dann hätten wir das Ziel für die Folge, ne? Okay, Leute, langsam. Da hinten ist übrigens noch einer. Wieder kein Horn. Hier vorne sind die Hörner dran. Kann ich hier irgendwas machen noch in dem Baum? Ja, aber das geht ja nicht, ne? Keine Chance. Den probiere ich noch. Und dann gucke ich mal. Vielleicht gibt es ja auch gerade einen Bug, das keine droppen oder so. Aber einen Büffelhorn kriegt man normal vom Büffel, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Alter, wo hast denn den jetzt? Wo ist denn der hin? Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist der jetzt da unten? Da habe ich dich nicht gesehen, die Galle. Vielleicht muss ich den aber auch... Ah, ne. Ist ja schon tot. Ne, der lebt noch. Vielleicht jetzt? Ich kriege da keine Hörner raus. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Wir sind jetzt schon fast überladen mit Fleisch und Sehnen. Schade. Gut, das finde ich aber raus, Leute. Zur nächsten Runde weiß ich es dann wahrscheinlich, was wir hier anstellen müssen, dass wir so ein Büffelhorn kriegen. Einen würde ich gerne noch machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Drop Chance halt gering ist. Dabei hat jeder Büffelhorn. Das ist wieder so geschichtlich. Gute Stelle auf jeden Fall für die Büffeljagd war es. Waren sehr viele. So, da ist nochmal einer. Den nehmen wir jetzt noch. Und dann ist es gut für heute. Bin ja froh, dass man die Pfeile wieder kriegt, ne. So, jetzt hinterher, ohne die Siedler zu locken. Also im Jagen kannst du das so üben, ne. So, meine Lieben. Letzter Büffel für heute. Wieder nix, gell? Ne. Boah, direkt vor und vor bei denen. Da bringe ich uns mal ein bisschen den Sicherheitsspeicher ab und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. an der Stelle. Vielleicht muss man aber auch. Jetzt wird aber was los hier. Kommt die Mama noch ein. Einen zumindest. Huch. Ja, ist eine Alpha, ne. Wenn die KI mal hier sauber gemacht ist. Leute, was meinst du, wie viel Spaß das bringt hier? Da würde ich als Büffel auch meine Probleme kriegen, ganz ehrlich. Gucken wir mal, wie mein Mändle gerade dran gehangen ist. Boah, wo ist denn der jetzt hin? Jo, Alter. Da brache ich immer das Pferd kaputt mit dir. Siehste. Ich glaube, das ist das, Leute. Der wird uns da ran bringen. Die Sau. Für was halten ihr in die Ebenen gezogen? Da war übrigens gerade ein Siedler. Ich verziehe die ganze Zeit. Jetzt habe ich ihn mal wieder getroffen. Da werde ich jetzt wahrscheinlich gleich Pfeile nachbauen müssen. Du auch noch? Den können wir uns gleich mägen. Da ist, irgendwas stimmt da nicht, oder? Also ich bin fast überzeugt davon, dass ich irgendwas falsch mache. Weil, wenn gar kein Büffel noch an hat. Jetzt kommen wir mit den Siedlern gleich in Kontakt hier. Okay, aber das probiere ich rauszufinden. So, jetzt komm weg hier. Da war noch einer, gell? Einer wäre noch drin, würde ich sagen. Hier ist ein Kemp, ein verlassenes. Da ist ein toter Büffel. War ich das? Oder liegt er jetzt einfach hier rum, weil er eh tot ist? Den haben wir auf jeden Fall nicht wiedererlegt, glaube ich. Schade. Schade. Weißt du was? Man weiß ja nie, an was es dann liegt, wenn es ein Bug sein sollte. Ich cancel das mal hier. Nicht, dass es jetzt da irgendwie verhindert hat, dass was spawnt. Jetzt würde ich natürlich gerne noch einen machen. Jetzt ziehe ich die Folge gerade ein bisschen länger. Es tut mir leid an der Stelle. Aber einfach jetzt aufhören, ist auch nicht so, wenn da schon so viele sind. Da vorne ist einer. Wenn wir uns den noch schnappen könnten, dann wäre alles geritzt. Das ist wieder so ein ebenen Jumper. 22 Pfeile. Der hat auch schon wieder Damage gehabt. Ich nehme an, dass die auch Schaden kriegen, wenn die die Felsen da runterhüpfen. Nur Sehnen, Leute. Sehnen und Fleisch. Wer weiß, was die mit Buffalo Horn meinen. Wenn du recht guckst, musst du dem Siedler seinen Trinkbecher klauen oder sowas. Okay, Leute. Vielleicht hat aber auch jemand von euch eine Idee. Vielleicht machen wir es einfach so, dass ich beim nächsten Mal dann in die Wüste durchgehe. Dass wir da die Sachen schon mal ranholen. Und in der Zeit finden wir dann raus, was es mit den Büffelhannern auf sich hat. Dann würde ich mich an der Stelle nämlich jetzt verabschieden. Es sei denn, ich sehe hinter dem Hügel gleich nochmal einen Büffel. Dann machen wir noch einen letzten Camp. Muss jetzt nicht sein, ne? Da sind ganz viele Camps überall. Schade. Schade, Marmelade. Schade, Marmelade. So ist es halt. Manchmal habe ich auch schon überlegt, ob wir nicht hier öfters absteigen sollten. In diesen Camps hier. Nicht, dass da mal ein Büffelhorn eingelagert ist. Weil wie wir sie jagen, wissen wir ja jetzt, ne? Hier ist so eine Soundfalle. Warbow, Leute. Wow. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, natürlich da rein zu gucken. Jetzt haben wir diesen Kriegsbogen, aber keine Pfeile dafür, ne? Können wir uns vielleicht eine Latte Pfeile herstellen? Ich bin überladen wie Sau. Also dann machen wir das jetzt so, Leute. Gucke ich mal, was ich jetzt brauche, dass ich so ein Horn bekomme. Beim nächsten Mal gehen wir in die Wüste und dann passt es schon. Schön, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank.